Herr Abgeordneter, vor mehr als zwei Jahren ist der Bericht der Enquete-Kommission Pflege im Sächsischen Landtag fertiggestellt und veröffentlicht worden. Sie alle wissen, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen hier in Sachsen in den kommenden Jahren ansteigen wird. Und damit auch der Bedarf an denjenigen, die die Pflege übernehmen werden. Heute haben sie die Gelegenheit, mit uns gemeinsam die häusliche Pflege zu stärken und denjenigen Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, ihre Wertschätzung auszudrücken. Die meisten Menschen möchten, wenn sie pflegebedürftig werden, weiterhin zu Hause versorgt werden. Dies entspricht in der Regel den Wünschen und Bedürfnissen der gesamten Familie. Und gerade in Krisenzeiten wie derzeit sehen wir, dass die Pflege zu Hause im Kreis der Familie und oftmals auch der beste Weg ist. Ich habe selbst eine 90-jährige Mutter und kann sagen, dass wir oft in den letzten Wochen dankbar waren, dass sie noch zu Hause und sich noch nicht in einem Pflegeheim befindet. Corona-Schutzmaßnahmen und Quarantäne würden meinen Kontakt zu ihr erheblich erschweren. Daher müssen wir es den Pflegebedürftigen stärker ermöglichen, in der vertrauten Umgebung weiterhin ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Neben den ambulanten Pflegediensten spielen dabei die Angehörigen eine überaus große Rolle. Es ist normal, dass man seine Angehörigen liebt und ihnen beistehen möchte, aber die Rolle eines Pflegers einzunehmen ist nicht selbstverständlich. Die pflegenden Angehörigen gehen mit der Pflege oftmals an ihre Belastungsgrenze. Viele überschreiten sogar diese. Behördengänge putzen, einkaufen, waschen, frisieren, Nägel schneiden, Zornhygiene, Fahrt zum Arzt, irgendwann zum Impfzentrum und so weiter. Es sind unglaublich viele und umfassende Aufgaben, die rund um die Pflege anfallen. Der zeitliche Aufwand ist enorm. Die physische, psychische Belastung und der körperliche Einsatz, zum Beispiel beim Waschen der Pflegebedürftigen, sind hoch. Auch wenn ambulante Pflegedienste einspringen und bei der Pflege unterstützen, bleibt die Hauptlast doch bei den Angehörigen. Für sie bleibt immer weniger Zeit für die eigenen Bedürfnisse. Soziale Kontakte werden vernachlässigt, Hobbys werden aufgegeben und zusätzlich treten häufig auch noch gesundheitliche Beschwerden als Folge der Pflegetätigkeiten hinzu. Wer neben der Pflege berufstätig ist, ist doppelt belastet. Zum Teil wird die Arbeitszeit reduziert, um den Anforderungen durch die Pflege gerecht zu werden. Nicht wenige kündigen sogar ihre Arbeitsstelle und müssen mit Arbeitslosengeld II über die Runden kommen. Mit unserem Antrag wollen wir unseren Dank an die Pflegenden ausdrücken und ihre Arbeit stärker wertschätzen. Denn, meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft ist auf die pflegenden Angehörigen angewiesen. 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Hauptpflegepersonen sind überwiegend Familienangehörige und Bekannte. Damit sind pflegende Angehörige das unsichtbare Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Ohne sie könnten wir die Versorgung der Pflegebedürftigen gar nicht bewältigen. Deswegen müssen wir die häusliche Pflege stärken. Diese muss besser honoriert werden. Daher beantragen wir eine Erhöhung des Pflegegeldes, das von der Pflegekassen zwar an die Pflegebedürftigen ausgezahlt, aber in der Regel an die pflegenden Angehörigen weitergegeben wird. Aktuell beträgt es weniger als die Hälfte des Betrages der Pflegesachleistung, also die Pflege durch einen professionellen Pflegedienst. Diese Ungerechtigkeit und Geringschätzung der harten Arbeit von pflegenden Angehörigen möchten wir mit unserem Antrag beseitigen. Wir möchten, dass diejenigen, die sich zum Teil den ganzen Tag um ihre Angehörigen aufwürfe zu kümmern, genauso viel bekommen, wie der Pflegedienst, der oft nur kurze Zeit vor Ort ist. Solange es kein angemessenes hohes Pflegegeld von der Pflegeversicherung gibt, wollen wir, dass der Freistaat Sachsens die finanzielle Lücke schließt und den Differenzbetrag zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistung an den pflegenden Angehörigen auszahlt. Bereits im September 2018 haben wir diesen Antrag gestellt und sie hatten die Möglichkeit, zumindest die finanziellen Bedingungen für pflegende Angehörige zu verbessern. Damals haben sie unseren Antrag abgelehnt. Ich hoffe, dass ihnen die Dringlichkeit inzwischen bewusst geworden ist und appelliere daher an Sie, stimmen Sie unserem Antrag heute zu. Meine Kollegin wird dann nochmal den nächsten Schritt erklären. Danke. Applaus